Es ist vielleicht das wichtigste Spiel bislang in seiner 4-monatigen Amtszeit beim HFC. Der Klassenerhalt ist so nah und André Meier ganz cool. Gestern ist er noch mal 2 Stunden abends über die Hallesche Peisnitz-Insel spaziert. Hat vielleicht noch mal über die Startaufstellung nachgedacht. Und die sieht heute so aus. Jonas Niedfeld, der Abwehrboss, kehrt nach Gelbsperre zurück in die Dreierkette. Zwei Änderungen im Mittelfeld. Der Klassenerhalt spielt für Sternberg und Tic Rivero mit seinem Startelf-Comeback. Er spielt für den gelb gesperrten Löhmannsröben. Und vor einem Sturm darf Zimmerski dran für Joscha Wosch, der erst mal nur auf der Bank Platz nimmt. Los geht es mit einem Freistoß für den HFC. Kreuzer zeigt an, ich schieße. Aber es schießt Julian Gutau. Kleefischklerz. Halle versucht nachzusetzen. Zimmerski bleibt hängen. Und dann Niedfeld von Jastrzemski gefoult. Gibt die 1. gelbe Karte. Nach 4 Minuten. Jastrzemski, der Stürmer der Kölner, trifft nicht den Ball. Dafür Niedfelds Fuß. Freistoß, HFC, 3 potenzielle Schützen. Und es führt aus Eberwein. Nikolas fliegt spektakulär. Die Leihgabe von Borussia Mönchengladbach. Eberwein gut getreten mit ganz viel Effet. Aber letztlich kein Problem für Nikolas. Die anschließende Ecke. Ein Fall für Kreuzer. Niedfeld kommt nicht an den Ball. Und dann kontert Köln. Über Philipp. Gegen Landgraf. Zimmerski und Gutau versuchen noch zu helfen. Aber dieser Philipp setzt sich durch. Mesnöler. Riesenmöglichkeit für das Team von Olaf Jansen. Andre Meyer ein bisschen versteinert. Hat vor den Kölner Kontern gewarnt. Noch mal gut gegangen für sein Team. Achte Minute. Es ist eine rasante Anfangsphase. Freistoß für die Viktoria. Und das ist ein Fall. Für Marcel Risse. Da ist Kleefisch. Lorsch 1-0. Perfekt einstudierte Freistoßvariante der Kölner. Der HFC einfach einen Schritt zu spät. Tic Rivero verliert Lorsch aus den Augen. Es ist kein Abseits. Der frühe Nackenschlag für den HFC. Denn zeitgleich führt Verl gegen Wiesbaden mit 1-0. Halle zu diesem Zeitpunkt nur noch mit 2 Pünktchen Vorsprung auf die Abstiegszone. Das geht ja gut los. Der HFC aber vom Rückstand unbeeindruckt versucht, Fußball zu spielen. Niedfeld. Er wird liebte Hebel in der Kölner Wahl. Niedfeld. Tic Rivero im Zusammenspiel mit Kreuzer. Tic Rivero. Kreuzer. Setzt Zimmerschied in Szene. Ball in den Rückraum für Eberwein. Warum schießt er nicht gleich? Michael Eberwein. Die Effektivität der Hinrunde, als er 11 Mal traf, die ist weg. Aber auch topgeklärt vom Innenverteidiger der Kölner von Siebert, der Leihgabe von Fortuna Düsseldorf. Nächste Ecke, Niklas Kreuzer. Zunächst abgewährt, aber Kreuzer darf noch mal. Und da ist Stich Rivero. Und da ist er. Sein drittes Saisontor. Sein Vertrag läuft aus. Die Zukunft ist ungewiss. Und hier liefert er ein kräftiges Argument. Völlig frei. Vier Meter vor Niklas. Tic Rivero macht seinen Fehler. Vom 0 zu 1 wieder gut. André Meier. Vom 0. Sein Team ist zurück im Abstiegskampf. Nur noch ein Tor. Und sie wären gerettet. Vom 0. 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 Der HFC schleppt sich Richtung Klassenerhalts. Es ist eine große Nummer mit 150 Spielen. Man sieht auch, dass er wieder auf einer neuen Position agieren muss. Er hat das wieder solide gemacht mit vielen Offensivmomenten. So ein Jubiläum abzurunden ist immer schön. Es ist das 4. Unentschieden in Folge. Der HFC schleppt sich Richtung Klassenerhalts. Wir können es ja. Es ist ein Schneckenrennen. Jeder von uns hätte lieber schon vor Wochen das Ding durchgehabt. Jetzt fahren wir nach Würzburg. Die sind abgestiegen, die hauen wir weg. Das ist doch mal eine Ansage. Wenn auf diese klaren Worte auch Taten folgen, dann steht dem Klassenerhalt nichts mehr im Wege.